Hallo und herzlich willkommen zu einer sportlichen Folge Mein Schiff TV. Herzlich willkommen bei Thomas Rath. Kommt ruhig näher. Für mich bedeutet Soul Food im Grunde genommen alle Sinne anzusprechen und das kann man natürlich auf dem Teller machen, indem man verschiedene Texturen auf dem Teller hat, verschiedene Konsistenzen, die eben Spaß machen. Musik 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 Musik